Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Heidensteak. Ich würde mal sagen, das ist eine ganz kleine Runde, so 5 Minuten oder so. Mehr mache ich heute auch nicht, weil wir haben Besuch und so und ja. Und außerdem ist das die Sonntagsfolge, nicht so wie Montags, deswegen mache ich etwas kleiner die Runde und ich hoffe, ihr habt da nichts dagegen. Also wie gesagt, wir spielen Heidenzyk und ja, mal sehen, was draus wird. Ich habe jetzt eben gerade schon eine kleine Runde gespielt, aber ja, am besten geht das, wenn man morgens spielt, deswegen sind wir jetzt auch bei 12.30 Uhr. Und wir sind in einem Workbench, da müssen wir mal gucken, wo wir uns da gut hinstellen können. Ja, das sind Bücherregale, leider. Irgendwie in einem Zimmer oder sowas. Ne, das fällt auf, das fällt auf. Einfach mal hier hinstellen, mal sehen, was draus wird. Das ist bestimmt voll schlecht, aber... Noch eine Workbench. Stellt sich über mich. Ne, hä? Wieso ist hier hinter dem Wasser? Perfekt eigentlich. Hä, lol. Stell ich mich auch hier hin. Guckt doch kein Mensch nach. Oh, scheiße, man ertrinkt jetzt hier. Kann man also Bock ertrinken? Ich weiß es nicht. Oh, Mann. Ist aber doch voll schlecht. Warum denn jetzt nochmal? Perfekt. Die ertrinkt nämlich nicht. Puh, gehe ich jetzt auch da rein. Ha, Mann ertrinkt nämlich nicht, wenn man so und so solider Bock ist. Hoffe ich zumindest mal. Ja, perfekt. Mann ertrinkt nicht. Ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Perfekte Position hier im Wasser. Und das fällt ja übelst auf, wenn da sowas einfach so drin ist. Hm, das ist ja geil. Muss ich mir mal merken, diese Position. Oh, oh. Scheiße, der ist direkt noch in unserem Zimmer. Scheiße, ich hab mich verraten. Aber er wäre sowieso da gewesen. Hm. Äh, wir sind jetzt so dritt. Ja, das sind wahrscheinlich die, die da drin standen. Hm, ist Anton. Perfekt. Ey, da war ein Zieker, der wurde gekillt. Wie lustig ist das denn? So. Blumen könnten nämlich auch sein. Alles schön absuchen hier. Hier können wir auch kurz die Schuhe hinstellen. Es geht. Was hast du denn geraucht? Oh, Junge. Boah, war das knapp. Wow. Hm, alles schön abchecken. Hm, 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 hm. Na, ich schätze mal, dass das alles normal ist. Hm, also hier ist, äh, nix. Zumindest sehe ich nichts. Ich weiß aber, wo was sein könnte. Wenn man ein normaler, also ein normales Holzbrett ist. Sagen, so wie der Boden hier. Dann weiß ich nämlich eine gute Position. Genau, hier. Ja, das soll ich nämlich eben noch vor allem vorbeisehen. Wobei, geh, händ, geseh, händ. Ein Melonenraum. Oh mein Gott. Wer will denn in einem Melonenraum? Aha. Hier könnte man sich natürlich auch perfekt hinstellen. So ein Holz, Holzbrett, Dings. Schon gut. So, aber da drin habe ich nichts. Ach, da, es gibt ja noch eine obere Etage, weiß ich. Hey, hey, hey. Die Map kenne ich schon ein bisschen. Aber die ändert sich ja auch jedes Mal, wo man spielt. Okay, wir sind schon über fünf Minuten, ist aber jetzt gerade egal. Wir spielen die Runde jetzt zum Ende. Es sind schon noch 20 Sekunden. Noch drei Hiders. Ich finde mir die ja noch. Wird aber knapp, schätze ich mal. Wir müssen ja schnell, schnell machen. Okay, das schafft mir nichts. Plupp. Wo waren die? Also ich würde sagen, ich verabschiede mich hier. Ach guck mal, hier gibt es dann auch schon mal. Hä, hier ist es weg. Hat man denn zusammengeschrieben? So, also ich verabschiede mich hier. Bis zum nächsten Mal. Das war jetzt die Sonntagsfolge. Ich glaube, ich bin heute zwei Videos zum hochladen oder so. Oder ich nehme das, was ich gestern noch aufgenommen habe, für Montag. Und das ist heute Sonntag. Und ich verabschiede mich hier. Tschüss.